Wir haben den 23. Mai 2022. Jetzt hört man die Amsel hier sehr gut. Ich mache jetzt gerade ein Video, also ich bin schon vorher und rede nach unten. Ich nehme aber gleichzeitig die Amsel auf und mache das Video von dem 23. Mai 2022. Und jetzt ist sie ja weg. Also wir haben jetzt heute den Hausschwanz schon gesehen. Dann die Amsel jetzt hier vorne. Ich glaube schon am Morgen habe ich sie gehört oder gesehen. Ich weiss es nicht mehr, ich müsste noch mal nachschauen. Und die Bachstelze habe ich heute auch schon einmal gehört. Es müsste so kurz vor den 10. Mai gewesen sein, aber ich habe sie nicht aufgenommen. Also ich bin auch nicht rausgeschaut, wo das hier ist. Ich bin aber zu内el. Die Aus RX5-5. Ich bin mit meiner Benutzmann. Ich bin aus dem Körer-5. Aber ich bin meiner Fanys. Ich bin mit jedem Rehone. Ich bin mit dem Körer-5. Vielen Dank.